Tokoyaki, was ist ein Tokoyaki? einer von euch weiß das doch bestimmt, was ist Tokoyaki? komm, hauen raus, einer weiß es wir bestellen es einfach, dann siehmas Brothähnchen, ab dafür Brothähnchen Brothähnchen Gott, der Herrschatz hat es geschrieben, Brothähnchen zwei bis drei Minuten, macht sie das in der Mikrowelle? bist du das Mädchen im Raum 12? ah ne, die hat richtig Lust, die muss mal ambitionierter sprechen sind sie das Mädchen im Raum 12? deine Uniform Oberschülerin, nicht wahr? daよね ja ja eigentlich interessiert es mich auch gar nicht da yokaki ist ein kleines warmes Gericht aus Kansai in eine etwa pflaumengroße Teigkugel wird ein Stückchen Oktopusarm eingelassen zum Garen benutzt man ein spezielles Brateisen mit 16 oder mehr runden Vertiefungen, ähnlich bei der Zubereitung von was? proferaties in einem einseitigen Waffeleisen ach du, ok, gut so und jetzt muss ich noch eins machen mit dem Singen anfangen, alles klar komm, dann noch eins das ist gar nicht so leicht, aber ich mache mir die Lautstärke jetzt runter die hat euch nämlich hier komplett weggeföhnt ich lasse mir auf 45 zu langsam let's walken so, los geht's! ich setze mich schon mal so behindert hin das ist gar nicht so gut so, los geht's! ich lasse mir auf es soll kein was ver es geht's ich Vielen Dank. Ich bin einig, das ist einig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Niemand antwortet. Ich gehe rein. Wir gehen rein. Tog zum Spiel der Handy, wer hat es gedacht? Hier dürfen nur Mitarbeiter rein. Kannst du dich lesen? Was? Meine Bestellung ist nicht angekommen. Was essen? Das sollte in deinem Raum sein. Was? Hast du sonst noch was zu sagen? Tut mir echt leid. Trotzdem gucke ich mich jetzt noch um. Over 9000! Die hat richtig Bock und die Hosen sind kaputt. Was ist denn mit ihm los, Mann? Was ist denn der da? Ich werde jetzt spätestens wieder oben bei mir rum. Wer hat mir Essen gefuttert? Pommes? Ich habe was anderes bestellt. War der Mann ein Angestellter? Ich weiß, was es ist. Und einfach weiter singen, als wenn nichts wäre. Oh, Alter. Ich will nicht noch mal singen. Ich muss mir die Tastatur an der Schild lehnen. Dann machen wir jetzt... Jetzt nicht? Achso. Naja, fang doch an. Achso. Dann machen wir jetzt... Kommt doch gleich noch mal darin. Wie geht? Da ist was in den Pommes. Was ist das? Eine E-Mail-Adresse? Ekelhaft. Schreib mir. Ach, der ist verliebt. Ach, der ist nur verliebt. Komm, da singe mal das. Da ist schon kein Problem. Singen wir halt einfach weiter. Dann machen wir jetzt erstmalig. Oh, das war ein Guitar Hero schon nicht gut. Was ist das für ein Spiel, Mann? Hau dem den Kopf hoch, ja, ich bin gespannt. Ah, der ruft nochmal die Freundin an. Oh, die hört sich aber verzweifelt an. Was war das gerade? Was ist das gerade abgespielt, Kind? Die Freundin sah heulend ab, aber kein Problem, wir singen jetzt noch ein Lied. Ne? Ahem, Mädel. Okay, tatsächlich hat die Schnauze voll. Und auf einmal ist es ja stockdunkel. Was? Das ist Moegas Handy. Was hat es hier zu suchen? Oh, oh. Okay, jetzt nimmt das ganze Fahrt auf. Oder? Oh. 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 Sammeln mir jetzt hier Handys, alles klar. Polizei rufe, nee. Allein rumrennen, den Fall lösen, ja. Denn wir sind wieder ein kleines, hilfloses Mädchen. Es ist unheimlich. Lass ich mich mal noch ein bisschen drauf in. Schluss mit dem Rumgealber. Der Polizist ist Weltklasse. Das Meme. Warum? Was ist los? Warum? Hast du mir nicht geholfen? Ich hab dich oft angerufen. Ja, das stimmt allerdings. Es ist zu spät. Ja. Ja, aber echt. Ich finde, es ist ein Notausgang. Ich versuche mal, ob sie da jetzt rausgeht. Ist auch kein... Nee. Ja, komm, dann singen wir noch ein Lied. Ah, sie ist eingeschlafen. Passiert beim Karaoke singen. Nickt man nur kurz für vier Stunden weg. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Es tut mir leid. Äh, hallo? Moika? Das Foto. Der Trainer hat es bemerkt. Du musst sofort verschwinden. er ist auf dem weg zu dir foto welches foto alles klar mir geht es nicht so gut ich muss auf die toilette ist das denn wie wäre es wenn du vorher noch ein lied singt ist für karaoke offen hier geht es nicht zur toilette ja ja schon klar dann gehen wir aufs klo toilette betreten ja nein vielleicht da fällt mir ein was für ein foto meinte moeka sie hat es mir geschickt was was ist das was soll das sind sie mir das könnte es sein ich muss moeka anrufen trainer trainer wollte an die wäsche schon doch ist keine verbindung ein typ mit mütze achso was soll ich machen ja bestimmt nicht nur karaoke singen die tür klemmt ausmeisterschrank ist abgeschlossen der trainer ist auf dem weg zu mir ruft die bullen alter ist das auto da hat die tür zugemacht niemand da die tür ist blockiert was fragezeichen sie kennt schlüssel oder irgendwas kann ich hier speichern irgendwo wegen inventar rennen ducken bewegen sehr gut jawohl das sind die knöpfe indem er sich bewegt oder warum kann ich grafik qualität auf very low ah jetzt ist der very low die das das haben die irgendwie verdreht glaube ich bei der übersetzung mitarbeiter raum betreten er muss ja jetzt wohl noch überwachungskameras jetzt wird das richtig spannend was ist denn jetzt was ladet denn das die polizei meinte sie brauchen vier minuten bis sie hier sind so lange muss ich mich verstecken alter rücke zähl um zu schleichen wenn du schleichst bist du weniger für den gegner sichtbar und deine schritte sind leiser da hinten ist er hatte ich häng fest man das ist mir wo das war es schon ich komme hier nicht reden was ist denn da ist einer ist toll das war es schon ich weiß gar nicht was ich machen muss der findet mich schon jetzt das war bei ganz anderer raum ganz anderes gebäude jetzt ging die ganze zeit im kreis und auf einmal war es ein langer raum das ganze gebäude hat sich verändert aber was waren das die ganze zeit war es so kreise und jetzt war es einer langer flur auf einmal bin ich sie sagt sie ist okay auf einmal bin ich sie jetzt bin ich hier die polizei meinte sie braucht vier minuten bis sie hier nicht verstecken da er kommt jetzt darin ich bleibe jetzt einfach weg von dem er ist da hin und drin auf einmal ist hier alles kaputt da hinten läuft er irgendwo ja das war mein trainer der hat etwas unserer freundin angedrohen jetzt ist auf der suche nur uns ja schlade uns zusammen ich hätte einfach stehen bleiben sollen ich stelle mich jetzt vier minuten dahinter in die eck ich glaube eigentlich ganz gut gerade ich bin nur zu langweilig ich gehe dabei so der trainer kommt wie lange vier minuten sinken können mein trainer ist hier ruft die bullen ich kann ja nicht im kreis laufen oder ich kann ja nicht in jeden raum ich kann nur in manche scheiße verfickte ich muss aufhören so viel zu fluchen das tut mal leid er muss hier alles kaputt und ich bin enorm ich bin das kaputt ich bin bin das ich bin ich bin du Kaku nicht das Ding wieder dazu. Verstecken und Karaoke-Tippen. Kaku nicht, Kaku nicht. Oh, die Dieren kann ich alle nicht aufmachen. Naja, aber wer soll ich denn das wissen? Sehen Sie eben nicht. Kaku nicht. Kaku nicht das Ding wieder dazu. Oh, oh, oh. Oh, er kommt genau da hin. Oh, ich kann nichts tun. So, komm her. Du bist ein schönes Kind.